Muss er irgendwie da reinkommen? Ich schaff doch nicht gegen... Ich schaff doch nicht gegen die 30 Sekunden. Alle Gegner. Das sind nur drei. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Wie hässlich ist der denn? Du kleine dreckige... Hau! Äh, der Wind webt mich jetzt... Der Wind webt mich dann... Da? Äh, ich... Ich brauche das... Ich brauche das einfach! Ich kann jetzt nicht mal mehr gucken... ...wegen Aufnahmen und so. Und ich würde hier in die Kamera greifen. Ist da eigentlich eine Kiste, die sich lohnt? Oder laufe ich da jetzt umsonsten? Ich würde da umsonst hinlaufen. Also Mario... Da ist eine Seele wieder... Das schlimme ist, du kannst hier... Zwischen Seelen... Zwischen Seelen, Kristallen und sogar... Warum ist denn so viel... Wow! Äh, Leute! H-h-h-h-h-h-h-hallo? H-h-h-hallo? Ich! Was ist denn? Was ist das? Was ist denn das? So, da würde ich hin. Da würde ich hin. Das ist aber wieder mal so... Ich suche mir natürlich die schwerste Stelle aus, wo ich hin bin. So, mal gucken. Und zwar... Komm ich von hier direkt rüber? Könnte ich... Ja, wenn ich springen würde, bestimmt. Ach, jetzt wäre es genau das gleiche. Nichts so anstrengend. Okay. Ich verarsch mich auch. Ich hasse alles. Nicht schwimmen, ich habe doch keine Ausdauer dafür. Schneller, schneller, schneller. Heilige Mutter. Das war knapp. So. Dann kommen wir mal hier lang. Das kriegst du auch. Darf ich anzugreifen? Wieso kletterst du denn immer automatisch? Das ist glücklich. So ein... Das ist gar nicht... Versuch... Neffig. 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 Das ist klar. Ich muss da so rüberkommen. Wollte wir ihren Körper machen? Ich schwimme nicht. Ich bin kein... Wasserfreund. Das Element finde ich zwar cool, aber... Die eigentliche Füßigkeit ist... So lala. Alle an Nemo Schleimung. Wo sind denn die? Achso. Eins. Das war ja einfach. Weißes Eisengroßschwert. Ich bin schon... Achso. Das sind die Sockel für die Herausforderungen. Jetzt habe ich es jetzt geschehen. Oh, alles klar. Oh, oh, oh. So. Da wäre jetzt die Kiste... Die ich nicht unbedingt brauche. Da könnte ich hochgehen. Was nicht unbedingt sinnvoll wäre. Aber... Guck. Hier wäre wie eine Seele. Ich bräuchte irgendwie wie eine Seele. Muss ich einsammeln. ich beobachte machen nach hier das war ja nicht einfach die mazlose spüren platz sind die kiste bis heute 20 ist das denn da oben bist du da noch was Das ist aber Teleportionsstein, ne? Genau. Guck, da sehe ich es zum Beispiel. Anhand des Pluses auf der Karte sehe ich... Sehe ich das denn jetzt auch hier? Ne, sehe ich nicht. Ich muss... Oh, hoch, 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 viel zu hoch. Da ist noch eine Kiste? Ist das Ding hier unten? Ich sehe nichts. Ist es. Komm zum Strahl. Gott, Gott. Habs. 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 Alles klar. So. Kuckuck. Alles gut, komm mal. Ja, oder du erledigst mich immer. Warte, ich habe eine Idee. Warte. Hast du mich gerade abgeworfen? Beide verzeiht gleich. Na komm schon. Los. Na, brennst du, brennst du. Ist heiß, ne? Ist heiß, ne? Jetzt bist du in der Falle. Oh, tschüss. Na. Der hält wie so ein ganzes Tier das aus. Nimm das. Nimm das. Der hält wie so rum. Schnelles Ohr, Übungsschwert. Super, meine Maske. Jetzt in Ordnung. Dann war das und das. So haben wir in Ordnung. Und? Das ist so gesehen. Ich glaube, ich werde nie wieder so ein gutes Schwert finden, wie ich jetzt habe. diese schwarze. Also von der Optik her. So. Spontan würde ich so jetzt nicht sagen, dass wir versuchen da reinzukommen irgendwie. Ich will nämlich diesen, diesen Punkt noch. Komm ich da mit dem Wirbeln rein, ne? Kann man ja mal testen. Ja, ich glaube nicht. Müsste da hinten hin. Ist das ne Kiste? Ist das auch ne Kiste? Das sind so viele Kiste. Schwierig. 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 Ähm. Schwierig. Schwierig. Ähm. Ich muss einfach versuchen da hinzugehen. Da ist sogar schon ein Schwügel nach oben. Den wir in Metal kriegen könnten. Das sind auch Wurzeln oben drüber. Okay. Betritt den Turm. Ja, wunderbar. Natürlich. Kiste. Nein, Kiste. Nein, Kiste. Nein, Kiste. Nein, Kiste. Ich hab's noch nicht gesehen. Schwierig. Ich hab's noch. Guck mal. So. So der Zweig. War hier nicht gerade einer? Hallo? Ey, wie uncool war das denn? Ist einfach verschwunden, während ich durchgeschlitten bin. So. Dann nehmen wir die Kiste hier noch mit. Haben wir. Und ich glaube, wir müssen sogar... Wir müssten ja eh diese Dinger... Also das ist meine Meinung. Wir müssten diese Teile dann nehmen. Damit wir da eventuell hochbauen. Allerdings ist es genau das gleiche. Wir kommen damit ja eh nur... Wieso verschwindst du denn immer? Nein. Au. So. Wir kommen damit ja nur da rauf. Was ich hier für die Kiste hin. Was mir recht wenig bringt. Dann ist die Herausforderung, dass sie sehlet. Die... Also wir sind... Eigentlich bringen die mir alle nichts. Außer diese blauen Anemo-Kristalle, die ich halt sammeln muss. Beziehungsweise die möchte ich auch noch ein Geld pläten wollen. Beziehungsweise die möchte ich auch noch ein Geld pläten wollen. Das war es. Okay. Ach. 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 aeh... Fesse zu! Ach... Hier geht nimmer. Schw'me. Ach. 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 noch nie gesehen Aber Großmutter, hast du so meine Arme? Sagen wir doch an die Obst. Beut sind wir am Piep. Hallo meine Arme. Jagdbogen erhalten, das finde ich sogar sehr fair, weil sie die meiste gemacht hat. So wie gesagt, jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Das Ding ist für mich, ich kenne Herausforderungen mehr. Wenn man weiß wie es geht, also sie ist auch die Einzige, die halt eigentlich zielen kann. Deswegen sie eigentlich feuertechnisch am besten ist, ich feuer am meisten feier. Und sie halt gerade, weil sie eigentlich zielt, für mich als Feuer gar nicht in Frage kommt. Weil ich finde den Kampfstil dadurch ein bisschen langsamer. Ich kann halt genauer arbeiten, aber Feuer ist meiner Meinung nach so ein Element der Zerstörung. Und nicht der Ape mal ganz geduldig zielt und gucken, ob wir jemanden triffst oder bei meinem Aiming jetzt wirkt. Könnt ihr bitte weggehen. Könnt ihr bitte weggehen. Ich sag's noch einmal, könnt ihr bitte weggehen. Könnt ihr bitte weggehen. Könnt ihr noch nicht ran. Zwei Wochen, ich weiße, okay. Jetzt würde ich sogar sagen, als wir hier hochgehen. Und zwar diesmal wirklich. Einmal das Kistchen, ich hasse euch. Das war auch gut. Wohin ist doch wegen die Mood, ich habe die Mood, ihr habt die Mood. Was hat sie jetzt für eine Waffe, was hat sie jetzt für eine Waffe, was hat sie jetzt für eine Waffe? Oder war es wirklich ein Reflexbogen? Ja nicht so. Habe ich noch einen Reflexbogen? Ich glaube nicht, ne? Aber nur einen. Aufstieg. Könnte ich auch machen. Guck dir jetzt. Ich hau jetzt erstmal seine Waffe hoch. Mit ihm kämpfe ich am meisten. Ich bin schon für sie. Ich brauch zwei Mantista. Oh, woher krieg ich das? Seere der Kriegskunst. Verdurstete Stadt. Mittwochs am Sonntag. Kann hergestellt werden. Wie? Die Ketten des Löwenzeilen Kämpfers. Wie war das nochmal? Beim Schnee? Muss ich mich mal von mir. Wenn ich hier die Statue der Sieben freigeschalt habe, gehe ich mal kurz am Mondstadt zurück. Komm ich damit höher? Komm ich damit höher? Komm ich damit höher? Komm ich damit höher? Nein! Nein! Ich bin zu dumm für die Welt ja höchstens. Hallo? Kannst du bitte nochmal hochkommen? Hallo? 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 Ah! Echt jetzt? Jetzt? Ich herzlich weiß, dass ich jetzt abwacken soll. Komm mal! Aber ein Glück habe ich das Ei, weil ich ihn wiederberleben kann. Ein Glück habe ich mir was zubereitet, und zwar Lecke H Favoriten. hier zwei stück davor und er ist wieder fit wie ein Totschuh daran kriegt er und er sich auf einen alten Prinz Sieg den Scheiß so weg da weg da weg da weg da alles weg hier weg da weg da weg da alles weg hier so sieh na da Kollege willst du noch Räder haben? ja schnell tschüss durchbricht die Windmauer ich versuch's guck guck auch fast extrem gefährlich doch das mach sag weg gleich gleich du musst dir erstmal was zerstören ich bin gleich da ja ich bin gleich bei dir gleich kriegst du die Hose voll ausgeglichen ausgeglichen wie so schlauer haha nicht mit mir nicht mit mir nicht mit mir nicht mit mir einmal viel ach so komm ich durch na klar der Wind führt der Wind ist ja kein kreis sondern schießt nur einzelne Bereiche ab genau braut er nicht ich bin ein kleiner Künstler vom Format da ist da ist ja ich ich erstmal die die Stadt Räder 7 aktivieren auf und steht dir diese Welt wenn Edelmut dein Herz erhält das war nicht ins ruine ladies and gentleman Representen darf ich vorstellen Dwarlin ins ruine ich brauch nur anbeten was gibt es? hier habe ich sieben hier brauche ich acht das ist zum Witz es sind zwei in der Need Es sind zwei in der Nier. Was suche ich denn? Alles richtig gemacht. So, Zaro. Moin Kuppe. Du kannst nicht mit mir halten. Hup. 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 Stehen, wenn du dir nicht traust. Ah, der zieht doch die Aufwärtsung, fällt doch nicht. Jetzt habe ich erst den Sinn des Dingskills entdeckt. Oh, nein. Finde ich langweilig. Finde ich doof. Mag ich nicht. Das war. Genau. Finde ich auch doof. Diesmal. Höch, öfter. Diesmal haben wir mit zweier Kicken getroffen. Komm schon. Stirb, du Winfi. So. Komm schon. Wie es einfach mal nichts bringt. So. Hätte ich das eigentlich auch bei ihrer Kicken einsetzen können. Das ist eine komische Grundstelle hier. Geh weg. Mag dich nicht, Stalker. Das finde ich jetzt scheiße. Das finde ich jetzt extrem kacke. Geh weg. Ist es auch. Geh weg. Ich muss trotzdem trainieren. Geh weg. Geh weg. Sie hat es fast ganz geschafft. Ich war zum Schluss einfach zu überläufig. Chaosapparat. Oh, Digga, war das ein Kampf. Ey. Aber gegen manche Körsen wird langsam echt aufregend, würde ich mal sagen. So, manche Körsen sind schon echt spannend. Geh weg. So, da hab ich dran. Geh vor mich dran. Geh mich. Geh hoch. Hab ich. Wer ist der King? Ich nicht. Okay, ähm. Da kann ich glaube ich nicht hoch, ne? Muss ich hoch? Hauptsache irgendwie wieder hoch. Bin da runtergefallen. Traurigerweise. Also ich hab mich mit ab sich fallen lassen, meinte ich. Hä? Da bin oben. So, starten wir sieben. Haben wir. Ja, ich wollte nach Mondstadt. Aber guck mal, da sind noch zwei in der Nähe. Und zwar hier. Ich wollte erstmal noch die neue Stufe erreichen. Die nächste Stufe erreichen. Und das hab ich ja wohl erlernt. Zack. Statt nur sieben. Anbieten. Und ich würde mal alles anbringen. Und ich würde mal alles anbringen. Was soll aus auf 145 auf 153? Spontan würde ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, dass wir, was ich vorhin schon angekündigt habe. Ich würde mal ganz kurz nach Mondstadt um eigentlich meine... Was sind die Spannungen raus? Ich hätte sonst im Mondstadt meine Waffen wahrscheinlich verbessern können. Allerdings... Ne? Bitte wohl. Oh, schon wieder so ein Vieh! Verarsch mich doch. Okay. Anfängerlanze. Ich finde in Vardins Tempel, ein Tempel eines... Der Tempel von einem Maskottchen eines Gottes, eine Anfängerlanze. Kann man es nicht ausdenken. Heerenloses Heim. Wir treffen den Turm. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Das könnte ich mir jetzt als schwierig erweisen, weil so ein Dook hier wie er ist. Merkwürdige Statue. Zweimal habe ich... Dreimal... Fünfmal habe ich gegen das hier schon gekämpft. Aber der will nichts, hä? also vielleicht müssen ich mal... Hier... 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 Merkwürdig. merkwürdig mein Problem wenn ich kämpfen will was war das schön ist weil ich zuerst nein ich